Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Mudiband Bande. Heute sind wir wieder im 2 gegen 2 gegen Protoss Zerg. Ne, Moment. Terraner Zerg, sorry. Mit Rob und mir. Tenne Wenner und Torb. Genau. In einer langen Pause von zwei Wochen mal wieder spielen und ich bin total aus, echt total eingerostet ey. Ich bin Rudas bei der Map, mach kein Protoss dagegen. Stimmt. Könntest du wirklich machen. Good luck, good luck, dass das schnell ist. Das ist aber gar nichts. Früher Rückaufbau kommt ja. Die ich schon ohne zu scout. Können wir das selber machen, ja. Wo wir vor und zu den Druck aufbauen. Du spielst Flieger, ja. Spielst Flieger. Die Rams so lange blocken können wie nur möglich. Also brauchst du Wasserpistolen. Zentris. Dein Freund und Helfer in der Not. Die Zentri macht sie alle tot, ne? Ah. Oh, 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 da ist dein Wirker-Trot. Oh, bin ich vorgeachtet. Hast da auch drei Wirker, drei Wirker gepult. Ist gut. Da ist ein Troxy irgendwo unterwegs. So schnell ist der Wirker nicht hier drüben. Hier ist bei mir der Wirker. Nein, ich hab nur einen rausfahren sehen. Ne, ne. Da siehste. Da müssen wir mal dahinter gucken. Wo ist der andere Wirker? Muss nochmal da gucken. Ich gucke hinter. Ne. Da war er nämlich gerade wieder. Ne. Da hat er zwei Wirkungen drin hier bei uns. Komisch. Sehr seltsam. Fährt jetzt wieder nach Hause. Der eine. Der andere jetzt auch. Wir brauchen mehr Mineralien. Sehr, sehr seltsam. Äußerst seltsam. So, jetzt muss ich erstmal Holz abbauen, oder? Ne. Steine. Das ist ja keine Echse. Mal gucken, was schlüpft. Ich schlüpfe eine Linge. Also kommt damit gleich was, ne? Echt? Ja, bei ihm sind die Linge geschlüpft. In seiner Echse. Der Echse? Oh. Der Echse. Bei mir schlüpfen da Thron. Warum sind das da offen? Wir sind eins mit dir. Zum Tod. Komm mal, ich hab Dinger gebaut. Ich komm halt noch weit dran, ne? Naja. Ich kann dich aber nicht rauslassen. Wir haben nicht geliehen Mineralien. Da kommen so viele Linge. Wir haben nicht geliehen Mineralien. Du musst nur. Wir haben nicht geliehen Mineralien. Jetzt kannst du raus. Bleib im Engen stehen, ja. Du musst mitschießen. Ja, du schießt schon mit. Jetzt ist er drin. Ja. Ja, aber. Ich will halt nicht in die Ecke. Wenn sie groß sind. Ja. Ja. Jetzt gehen sie in das Ecke mit Spooling. Tch. Die Linge hast du gekriegt, ja. Die Linge sind weg. Du musst rausnehmen. Nö. Da hätten sie jetzt eigentlich fertig machen können. Theoretisch. Hätten sie nur weiter rücken müssen. Mehr weg gewesen. Mehr als weg. Jawohl. Ihr habt nicht gelügend. Nicht gelügend Elf. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Sollten wir eigentlich jetzt ein Vorteil sein, oder? Vor allem du mit deinen Mutters. Was? Ja, die sind noch nie mehr unterwegs. Jetzt kann ich die ersten Mutten bauen. Nicht gelügend Mineralien. Nicht gelügend Mineralien. Wir brauchen erstmal Oberstür. Äh, Urlubs. Wahrscheinlich, ne? Aber jetzt, ob die Terrano überhaupt was hat. Wollen wir mal ein paar Minuten. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Ah, der hat schon eine Exit der Terrano. Er hat ja auch nur ein Dings geschickt. Nein, nein. Wie heißt der Rüber? Ja. Los. Haben sie ein schönes? Selber Mutten, ne? Haben sie? Mutten und Corruptor. Kommen wir den ja? Ja. Tschüss. Dann switch ich jetzt auch etwas rum. Na gut, ich hab jetzt gleich ein bisschen auf Flieger. Komm jetzt. Komm jetzt. Hm. Na so lang. Das ist schlecht. Ich hab noch nichts gegen die Mutten. Das sind deine Mutten, oder? Das sind meine. Und einen Drop dazu. Ah ne, mit Heilung. Ah ne, doch mit Drop. Oh. 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 Ich bin wegs nicht. Oh. 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 angegriffen oh wir haben gut ne, und legen wir dazu Oh. 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 Du hast überall dein Türmchen jetzt stehen, ne? Weil jetzt kommen wir keine Muten mehr. Äh, die Mainway ist nicht. Wenn kein Tank steht, ist schon mal gut. Wir brauchen mehr mit der Halle. Der Rano, Terano, da putzelt grad die Echo-Back bei mir. Also ich putzle eh die Echo-Back so. Wir fünf liegen ganz langsam. Hehe. Der Konfiszum, der Krieger bleibt, Herr Son. Der Konfiszum, der Rano Echo ist wrecked. Also bei der Mainbase. Also bei der Mainbase. Der hat ca. draußen noch eine Echse. Hm. Du hast mir den Tirana gefunden. Ja. Mit Masken-Fürmchen. Ich bin hier. Hehehe. Da ist ja noch mein Hydra rausgekommen. Gewinnen wir doch. Gewinnen wir doch. Ja, endlich mal. Ich hab irgendwie so nen Anzeige-Bug. Also ich seh hier gar nichts, was wir aufsteigen und nicht absteigen. Warte, ich kann ja nur sagen. Wir haben bekommen plus 28. Na sehr gut, was haben wir jetzt für den MMR? Ja, ja. 3931 und hier hat ein 3756. Okay. Wir wollen ihr zwei. Ja. Ich weiß nicht warum ich so nen scheiß Anzeige-Bug hab. Ist aber egal. Ich muss sagen. Wir sehen uns in einer nächsten Folge, ne. Genau. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.